Donald Trump wird vielleicht wieder der nächste Präsident und Europa zittert und bibbert jetzt schon. Aber wer irgendwie nicht zittert und bibbert, das sind die Börsen. Die sind auf Rekordhochs. Ist es möglich, dass die Börsen nicht steigen, obwohl Donald Trump vielleicht der nächste Präsident wird, sondern gerade weil er vielleicht der nächste Präsident wird? Und gibt es dann vielleicht auch einen neuen Wirtschaftsboom und einen neuen Börsenboom? Macht Donald Trump uns jetzt alle reich? Mal unabhängig davon, was man sonst von ihm hält. Ein paar von uns hat er ja schon reich gemacht. Die, die daran geglaubt haben, dass er seine Trump-Media doch noch einbringt in diesen börsennotierten Speck. Ich habe das Ganze hier schon öfter mal erwähnt. Das ist da ein Jahreschart von dem Ganzen. Die Aktie hat sich jetzt verfünffacht in der Spitze, bis dann die neuen Zahlen natürlich gekommen sind. Dann ist sie wieder um 40 Prozent abgestürzt. Aber wie schon gesagt, ein Börsenwert von 13 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 4 Millionen Dollar. Das ist keine Euphorie mehr. Das ist ein Kult. Das ist Gottesanbetung. Oder wie das ein Zuschauer dann hier auch geschrieben hat, Trump-Media-Aktien sind die neuen Ablassbriefe. So eine Bewertung, das würde noch nicht mal die PR-Firma von Gott selbst bekommen. Und der Vatikan ist aber übrigens noch nicht börsennotiert. Aber vielleicht besinnt man sich da ja auch jetzt eines Besseren nach den Erfahrungen, die Donald Trump gemacht hat. So oder so, Donald Trump hat damit jetzt natürlich noch mal Milliarden verdient. Und die, die an ihn geglaubt haben, die haben da auch ein bisschen mitverdient, kann man sagen. Aber jetzt geht es ja wieder um ein viel größeres Spiel. Und es gibt nicht wenige, die sagen, wenn Donald Trump wieder Präsident wird in den USA, dann gibt es da auch einen neuen Boom und wahrscheinlich auch noch mal ordentlich Schub an der Börse. Zum Beispiel hier eben Robert Halver von der Baader Bank an prominenter Stelle bei Mario Lochner. Trump kommt zurück, dann fliegt der Deckel bei Aktien hoch, während wir hier uns warm anziehen müssen natürlich. Und weil die Börsen ja vorher immer schon einiges vorwegnehmen, da könnte man jetzt ja auch auf die Idee kommen. Die Rallye jetzt, die haben wir auch schon darum, weil der Markt davon ausgeht, dass Donald Trump jetzt möglicherweise wieder Präsident wird. Er selber, er glaubt es jedenfalls schon mal. Viele Experten sagen, schreibt er hier, viele Experten sagen, der Aktienmarkt ist das Einzige, das zurzeit gut läuft. Und er läuft darum gut, weil unsere Umfrage so viel höher sind als die von Joe Biden. Zitat Ende. Also unsere, das königliche Wir. Eigentlich heißt es ja immer, der US-Aktienmarkt, der steigt wegen den großen Technologieaktien und weil die Inflation jetzt auch zurückgeht und weil die FED die Zinsen jetzt bestimmt bald wieder senkt. Aber die Grafik hier, die ist von Renaissance Macro. Oben ist die kumulierte Rendite vom breiten S&P 500 Index und unten, wer war gerade wie stark vorn in den Wahlumfragen. Blau ist, wenn Joe Biden vorn war und rot, wenn Donald Trump vorn war. Das Ganze geht von November 2022 bis Ende Januar dieses Jahr. Und wenn Joe Biden vorn war, da war die annualisierte Durchschnittsrendite nur bei 3,4 Prozent. Aber wenn Donald Trump vorn war, da war sie bei 35,2 Prozent. Kann natürlich auch Zufall sein, weil der Markt ist ja eigentlich erst wieder gestiegen ab Herbst 2023. Und da war eben Donald Trump die ganze Zeit schon vorn. Aber es kann eben auch sein, dass die Börse jetzt einen Wahlsieg von Donald Trump schon mal abfeiert. Nur, warum tut sie das? Donald Trump steht doch eigentlich für Unsicherheit. Er ist unberechenbar. Das ist ja auf der anderen Seite auch seine große Stärke. Darum beherrscht er jetzt ja schon wieder alle Debatten. Und Joe Biden hat ja im Moment Mühe, dass er überhaupt noch wahrgenommen wird, obwohl er ja eigentlich noch der Präsident ist. Und es gibt ja auch den ganz berühmten Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber das gilt bei ihm auch nicht unbedingt. Nur, manche mögen es heiß anscheinend. Sonst würden die Börsen jetzt nicht steigen. Bei aller Unberechenbarkeit. Wir haben den kleinen Vorteil bei Donald Trump. Er war schon mal Präsident, vier Jahre lang. Und was er da geleistet hat, dass das umstritten ist, natürlich, das ist noch eine starke Untertreibung. Aber für die Börse war der Fall damals ziemlich klar. Es war eine tolle Zeit. Das ist der breite amerikanische S&P 500 Index. Und die roten Balken, das ist eben von seiner Amtseinführung Anfang 2017 bis Anfang 2021, als er dann ja doch noch ausgezogen ist aus dem Weißen Haus, ohne dass man ihn wirklich noch rausschleifen musste. Und der S&P 500, der ist in der Zeit aber um 68 Prozent gestiegen. In vier Jahren. Er ist auch schon die Monate vorher gestiegen. Das zählt aber nicht, weil man war sich damals ziemlich sicher, dass Hillary Clinton gewinnt. Und es hat auch viele gegeben, die gesagt haben, wenn wirklich Donald Trump gewinnt, dann werden die Börsen einbrechen. Dann gibt es einen Trump-Schock. Das ist dann Brexit hoch fünf. Aber es war eben nicht so. Und stattdessen haben wir eben die berühmte Trump-Rallye gekriegt. Und das, obwohl er ja gleich am Anfang die Verhandlungen für zwei Freihandelsabkommen abgebrochen hat. Dann hat es einen Handelskonflikt gegeben mit Mexiko und mit Kanada. Und es hat einen gegeben mit der EU und den schlimmsten von allen dann ja auch noch mit China. Und trotzdem sagen die Leute, unter Trump ging es uns gut. Und der Wirtschaft ist es auch gut gegangen. Hauptsächlich darum, weil er die Steuern stark gesenkt hat. Vor allem die Körperschaftssteuer, das sind also die Steuern für die Unternehmen, von 35 Prozent auf nur noch 21 Prozent. Und die Steuerquote der Unternehmen im S&P 500 Index, die ist dadurch effektiv gefallen von 31,2 Prozent auf 20 Prozent. Viel mehr braucht man manchmal gar nicht, damit es aufwärts geht. Manchmal ist es alles ganz einfach. Man muss aber fair sein, das ist nochmal der S&P 500 und diesmal seit 2006. Seit der Finanzkrise ist er ja eigentlich immer gestiegen. Also war jeder Präsident anscheinend irgendwie gut. Unter Obama hat sich eben die Wirtschaft erholt von der Finanzkrise. Unter Trump ist das dann weitergegangen. Dann ist allerdings natürlich Covid gekommen, Ukraine kriegt, Zinsschock. Aber das haben wir jetzt anscheinend auch schon hinter uns. Und auch unter Joe Biden geht es der Wirtschaft ja eigentlich gut. Überdurchschnittliches Wachstum, immer noch 14 Millionen neue Jobs, Lohnanstiege, wie wir sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt haben. Er kriegt das nur alles irgendwie nicht verkauft. Und Joe Biden will jetzt eben grundsätzlich Steuern auch erhöhen. 2025, da laufen die Steuersenkungen von Trump aus. Das wird er sich jetzt zwar nicht trauen, dass er die komplett wieder zurücknimmt. Aber er will sie erhöhen letzten Endes. Und außerdem auch noch die Dividendensteuer, die Kapitalertragssteuer. Und gleichzeitig kommt dann aber Donald Trump jetzt an und sagt, ich senke die Körperschaftssteuer vielleicht nochmal auf nur noch 15 Prozent. Und wenn sie dann natürlich in den USA ein Unternehmer sind oder auch ein Anleger und ihnen geht es hauptsächlich darum, dass ihre Anlagen steigen, dann sagen sie natürlich, Trump ist mein Mann jetzt. Aber ist er nicht trotzdem ein Risiko für die Börse irgendwie? Vor was man in Europa die meiste Angst hat, das ist natürlich, dass er jetzt zum Beispiel so Dinge macht, wie dass er aus der NATO austritt, was aber nicht ganz so einfach ist. Oder aber, dass er die Ukraine im Stich lässt. Das ist schon einfacher, weil das passiert ja auch jetzt schon. Und dass er eben Europa damit auch allein lässt mit der ganzen Sache. Und es ist ziemlich klar, da stehen wir dann hier ziemlich dumm da. Nur, was die Börse betrifft, auch wenn es jetzt zynisch klingt, aber der wird dieser Krieg in Europa ziemlich egal sein. Auch das ist jetzt schon so. Genauso wie es dem amerikanischen Wähler auch herzlich egal ist. Für was interessiert der sich überhaupt? Er interessiert sich auf jeden Fall nicht großartig für das, was draußen in der Welt passiert. Was schon eher eine Rolle spielt, das ist wieder der Außenhandel. Und auch da gibt es aber ja eigentlich nichts, auf das man sich so richtig freuen kann. Donald Trump ist immer noch der Tariffman. Er glaubt immer noch an hohe Zölle. Und er wird auch da immer noch radikaler. Und nach allem, was wir wissen, und das wissen wir hauptsächlich von ihm selber, nach all dem steht jetzt im Raum 10% Importzölle auf alles aus jedem Land, außer Tiernahrung. 100% Importzoll auf alle ausländischen Autos. Und was China betrifft, 60% sogar auf alles. Und ein Komplettimportverbot auf chinesischen Stahl, Elektronik und Pharmaprodukte. Viele Amerikaner finden das genial, weil dann kommt ja endlich wieder Produktion zurück in die USA. Aber die Zölle aus seiner ersten Amtszeit, die Joe Biden übrigens nie aufgehoben hat, die haben die amerikanischen Verbraucher bis jetzt 230 Milliarden Dollar gekostet. Und sie haben auch überhaupt nichts gebracht. Das Handelsbilanzdefizit mit China zum Beispiel, das ist am Ende von der Amtszeit von Donald Trump immer noch bei 310 Milliarden Dollar gewesen. Und die Zölle tragen natürlich auch die Inflation hoch. Aber vor allem, niemand auf der Welt sagt ja jetzt, oh neue Handelszölle, wie toll, können wir euch sonst noch irgendwas Gutes tun? Sondern die anderen Länder, die werden jetzt natürlich dann auch zurückschlagen. Auch wenn sich das die Amerikaner nie so richtig vorstellen können. Aber es schadet den USA dann eben genauso. Und wenn das nur im Ansatz so kommt, dann ist das natürlich auch ein schwerer Schlag für den Welthandel. Und China ist da nochmal ein Sonderfall, das Ganze. Das ist ein Thema für sich. Und ich verfolge diesen Konflikt China-USA hier ja auch schon seit vielen Jahren. Und wenn Ihnen dieses Thema auch unter den Nägeln brennt oder wenn es Sie es interessiert, dann wäre vielleicht auch ein Kanalabo für Sie interessant. Dann bitte auch die Glocke drücken. Dann kriegen Sie auch immer mit, wenn zu dem Thema oder anderen interessanten Themen was Neues da ist. Zum Abo geht es hier unten. Wir haben also schon ein paar Probleme. Und mindestens genauso schlimm ist ja das Thema Schulden. Die amerikanischen Staatsschulden, die steigen seit Jahrzehnten extrem an. Die Grafik ist noch vom letzten Jahr. Inzwischen sind wir ja sogar bei über 34 Billionen Dollar. Und das ist ja auch der Hauptgrund dafür, warum es in den USA angeblich so gut läuft. Weil jede Regierung Wohltaten verteilt und die skrupellos finanziert mit neuen Schulden. Und Donald Trump ist da aber eben auch keine Ausnahme. Auch unter ihm sind die US-Schulden um fast 40 Prozent gestiegen in nur vier Jahren. Und so kann man natürlich auch leicht Steuern senken, wenn man das einfach finanziert mit neuen Schulden. Und als man ihn in seiner ersten Amtszeit gefragt hat, mit welchem Geld er das denn alles finanzieren will, da hat er nur gesagt, you print the money. Also das Geld, das druckt man einfach. Was dann auch gleich der nächste Punkt ist, weil darum war Donald Trump dann auch so sauer, als die FED damals den Leitzins vor der Covid-Krise auch schon mal leicht angehoben hat. Was absolut notwendig war, meiner Meinung nach. Und er hat damals dann aber Jerome Powell als Feind der USA bezeichnet. Und er hat jetzt ja auch schon gesagt, dass er Powell auswechseln wird, wenn er Präsident wird. Wahrscheinlich eben gegen irgendwen, der das dann so macht, wie er das haben will. Hängt auch alles davon ab, selbstverständlich, wer dann auch die Mehrheit haben wird im Repräsentantenhaus und im Senat. Aber grundsätzlich haben wir dadurch eben auch eine zusätzliche Inflationsgefahr und die Gefahr von steigenden Schulden und einer Untergrabung auch der amerikanischen Geldpolitik. Es geht bei dem Ganzen natürlich auch noch um viel mehr. Die USA sind komplett gespalten. Das muss jetzt nicht unbedingt nur die Schuld von Donald Trump sein. Aber an ihm sieht man es eben am deutlichsten. Für seine Fans, da ist er der reinste Heilsbringer. Er ist der Retter Amerikas, der endlich aufräumt mit diesem ganzen Wahnsinn. Mit Wokeness, mit Klimaschutz, mit Immigration. Und überhaupt ja mit allem, was die USA kaputt macht seit vielen Jahren. Und für seine Gegner, da ist er aber der Saatnagel für die Demokratie und für die westlichen Werte, der die USA auch isoliert, der ihre Autorität zerstört und der sich dafür ranschmeißt an Autokraten, für die er der nützliche Idiot ist. Und für viele ist er auch wirklich geisteskrank. Aber was man eben auch nicht vergessen darf, es wird auch wieder viele Wähler geben in den USA, die ihn wählen werden, nicht wegen seinem ganzen Programm, sondern weil sie einfach das Gefühl haben, es geht ihnen dann besser. Meiner Meinung nach ist es keine gute Wirtschaftspolitik, die er plant. Sie ist es aber auch eben nicht komplett anders als das, was wir unter Joe Biden auch schon haben. Eben Handelsstranken, Protektionismus und Stimulus mit immer mehr Schulden. Und das kommt natürlich alles beim Wähler gut an. Nun aber die alte klassische republikanische Wirtschaftspolitik, so mit Steuersenkungen, aber eben dann auch mit Freihandel und mit Sparsamkeit. Das ist das Ganze unter Trump dann nicht mehr. Und wir kommen da jetzt mit ihm immer weiter auch davon weg. Wie kann man vielleicht trotzdem profitieren von einem Trump-Wahlsieg als Anleger? Viele sagen ja, am meisten werden die Bankaktien profitieren, weil es unter Donald Trump dann wahrscheinlich keine härteren Eigenkapitalrichtlinien geben wird. Und das hier ist der iShares ETF mit den Bankaktien aus dem S&P 500 Index. Die haben sich jetzt eben auch schon wieder erholt. Allerdings, die Zinsen sollen ja sinken die nächsten Jahre. Und vielleicht gibt es ja auch noch mehr Probleme da mit Immobilienkrediten zum Beispiel bei den Banken. Was für mich plausibel ist auch, das ist, dass man zum Beispiel Small Caps kauft aus den USA. Das hier ist der Invesco ETF auf den Russell 2000 Index. Der kommt jetzt eben auch langsam doch wieder so hoch, weil die kleinen Unternehmen, die würden ja von den Steuersenkungen schon profitieren. Aber gleichzeitig leiden sie auch weniger unter Handelskonflikten, weil sie ja 79 Prozent von ihrem Umsatz auf dem US-Binnenmarkt machen. Und bei den großen S&P 500 Unternehmen sind es aber nur 59 Prozent. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, Politik ist zwar wichtig für die Börsen, aber sie spielt eben auch nicht immer so die große Rolle, wie man manchmal denkt. Von daher, Donald Trump kann jetzt die tollsten Sachen machen, wenn er wieder Präsident werden sollte. Und die Börsen fallen aber vielleicht doch, weil sie vielleicht schon zu hoch stehen oder weil es sonst irgendeine Krise gibt. Und er kann andererseits aber auch die dümmsten Sachen machen und sie steigen trotzdem. Und die Börsen, die mögen jetzt nicht unbedingt Handelskonflikte oder sowas. Aber das, was da sonst noch kommen dürfte, noch mehr Schulden, künstlich niedrige Zinsen und auch dadurch eine Verwahrlosung der Geldpolitik, das ist ja genau das, was wir seit der Finanzkrise auch schon haben. Und so traurig es ist, die Börsen freuen sich über sowas. Sie haben das immer fröhlich abgefeiert. Insofern bahnfrei für die Trump-Rallye. Ah ja, hier, danke, danke schön, vielen, vielen Dank. So, und meine Suppe ist jetzt auch da und darum endet dieses Video eben auch jetzt mit dieser frohen Botschaft. Ich freue mich, wie gesagt, immer auf ein Kanal-Abo von Ihnen. Zum Abo geht es hier unten. Auch Donald Trump werden die Börsen nochmal überleben, weil es eben wahrscheinlich doch stimmt, was die Leute sagen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Danke, danke fürs Zuschauen.